Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, und heute gibt es eine kleine Challenge. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich heute mal mit der Bison ein komplettes Deathmatch spielen muss und dann daraus im Endeffekt eine ordentliche Frackshow oder halt ein ordentliches Video machen soll. Und ja, ich habe nur eine Runde, genau, und da muss ich eben abliefern sozusagen. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser kleinen, improvisierten Frackshow. Schreibt mir in die Kommentare, welche Waffe als nächstes kommen soll. Ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 So, und dezent tiltet bin ich wieder zurück von der Frackshow. Ich denke, es war an sich ganz gut, außer halt, dass irgendwie gefühlt alle 10 Minuten mal so einen Gegner zu finden war. Also ich bin sehr oft teilweise rumgelaufen bin, ohne einen Gegner zu finden, was sehr nervig war auf die Dauer. So, ohne hätte ich bestimmt noch ein paar mehr Klets geschafft. Was ist, was schafft bei mir, schafft ihr das so? Was ist euer Rekord? Ich meine, ich meine, ich meine, ich war jetzt bei mir nicht die beste, aber nicht die schlechte Runde, denke ich mal. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Format gefallen. Und ja, schreibt in die Kommentare, welche Waffe als nächstes. Und bis zum nächsten Video. Ciao.